Ein schönes Lächeln liegt im Auge des Betrachters. Ein schönes Lächeln hat zu tun mit den Zahnbreiten, mit der Lachlinie, mit der Lippenlinie, mit den Zahnfarben, mit den Zahnformen, mit den Relationen zwischen Ober- und Unterkiefer. Vieles, vieles spielt damit hinein. Es geht uns überhaupt nicht um ein uniformiertes Hollywood-Lächeln. Es geht uns um Ihre persönliche Ausstrahlung, so persönlich und individuell wie Ihr Lächeln. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, rufen Sie gerne bei uns an. Vereinbaren Sie einen Termin. Wir freuen uns auf Sie.